Hallo, in diesem Video sehen wir uns verschiedene Verben zum Thema Beschweren, Sprechen oder Sagen an. Zuerst die Sätze. Ich beschwere ... bei ... über ... Ich spreche mit ... über ... Ich sage ... Ich sage es zu ... nicht, sondern ich schicke es ... oder zu ... oder an ... Jetzt setzen wir die folgenden Pronomina ein. a. Mich, b. Dich, c. Dir, d. Ihn, e. Ihm oder f. Es. Ich beschwere mich ... Akkusativ ... Bei dir, über ... ihn. Ich beschwere mich ... bei dir, über ihn. Ich spreche mit ... dir, Dativ, über ... ihn. Ich spreche mit ... dir, über ... ihn. Ich sage es ... Akkusativ ... dir, Dativ. Ich sage es dir. Ich sage es ... zu ihm ... nicht, Dativ. Sondern ich schicke es ihm, Dativ ... oder zu ihm, Dativ ... oder an ihn, Akkusativ. Und jetzt noch einmal. Ich beschwere mich ... bei dir, über ... ihn. Ich spreche mit ... dir, über ... ihn. Ich sage es dir. Ich sage es ... zu ihm nicht, ... sondern ... ich schicke es ihm, zu ihm ... oder an ihn. Ich hoffe, dass euch das Video gefallen und geholfen hat. Wenn das so ist, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann. Tschüss. Und jetzt die Wiederholung. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.